Natürlich Lebensfreude. Moment mal. Dein Augenblick für Bewusstheit, Selbstfindung und Erholung. Herzlich willkommen. Hier sind die Bewusstheitstrainer und Freunde auf dem Weg. Hier sind Sam und Daniel. Und das hier ist die erste von hoffentlich ganz vielen Folgen von Moment mal, einer Sendung, die in diesen hektischen und für manche vielleicht auch schwierigen Zeiten eine helfende Hand und ein Ruhepol sein soll. Sie dient zur Innenschau, zur Reflexion und einfach mal bei sich ankommen. Wir machen die Sendung nicht alleine. Insbesondere am Anfang der Sendung haben wir auch immer einen tollen Impuls dabei von einem ganz wunderbaren Menschen. Lassen wir ihn doch einfach zu Wort kommen. Hallo, ich bin Roman Christian Hafner. Und das ist mein Impuls des Tages. Der einzig wahre Reichtum deines Lebens bist du selbst. Schöpfe ihn in jedem Augenblick voll und ganz aus. Ja, das sind interessante Worte, auf denen es sich lohnt, herumzudenken. Dafür soll diese Sendung auch da sein. Roman Christian Hafner ist ja einer, der zum Thema Bewusstheit und Bewusstsein ein ganz besonderes Verhältnis hat, der sich da sehr, sehr viel damit beschäftigt hat, aufgrund seiner besonderen Voraussetzungen. Und nicht umsonst gibt es sein Portal World of Creators. Ja, und wir dürfen immer mal wieder eine Energieladung von ihm mitnehmen, um dann auch unseren Freunden, die hier zuhören, seine Impulse zu reichen. Und wenn wir uns diese Worte mal ganz in Ruhe anschauen, ist das doch ein super Gedanke, dass der größte Reichtum du selbst bist. Die Frage ist nur, ob du das erkennst. Ja, für viele ist ja Reichtum im Außen gelagert, sodass der Blick immer auf, ich sage, schnelle Autos vielleicht und dicke Uhren oder ein großes Konto, also ein gefülltes Konto. Da setzt aber ja gerade die Erkenntnis ein, durch diese Inflation, die wir nun erleben, dass wir nun lernen, dass wenn ganz viele Nullen auf dem Zettel stehen, der scheinlich unbedingt viel wert sein muss, sondern im Gegenteil. Und das hilft auch zu reflektieren darüber, was denn nun die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind, die sich als dieser Reichtum bezeichnen lassen. Und jeder Einzelne von uns kann sich die Frage stellen, was genau bedeutet Reichtum also für mich? Wo kann ich möglicherweise eine Korrektur vornehmen meiner Prägung und der Gedanken, die mich damit auch bisweilen in ein Mangelgefühl bringen können? Und wenn die Aufforderung heißt, schöpfe es oder den Reichtum in jedem Moment voll aus, dann ist das doch eine Einladung, eine hervorragende Vorlage, das zu nutzen, was man hat, das zu genießen in vollen Zügen. Denn der Spruch ist zwar sehr platt, aber er trifft, denke ich, man lebt eben nur einmal. Jetzt weiß ich auch, dass der Roman sehr gerne auf den Teil der Körperwahrnehmung hinweist. Ich würde sagen, in den nächsten Folgen werden wir immer wieder auch dahin kommen, um Reichtum von den verschiedenen Seiten zu beleuchten. Für heute darf sich jeder einfach diese Frage eben mitnehmen, wo kann ich den Reichtum schon in mir spüren? Und wenn man sich die Antwort darauf gibt, ist ja die Frage auch, wie weit ist das eigentlich von diesem klassischen Außen, dieses Geld, also Materialismus, sage ich jetzt mal, wie weit ist es davon weg und welchen Bestand, welche Wertschätzung misst man dem bei, was möglicherweise gar nicht anfassbar ist? Weil so mancher fühlt sich schon reich und sagen wir gesegnet, wenn er zum Beispiel eine tolle Familie hat, kann man sich ja nicht kaufen in diesen Zeiten. Nein, und da hilft auch immer wieder der schöne Spruch, sei reich im Herzen. Ja, und wenn wir also auch mal unser Intro in dieser ersten Sendung uns anschauen, mit dieser Ruhe, mit diesem tiefen Ein- und Ausatmen, dann ist das der Anspruch, den wir an uns selbst haben und auch das, was wir an unsere Hörer vermitteln wollen, dieses Innehalten, dieses Selbstbewusstsein und vielleicht auch dahin zu kommen, um zu verstehen, wo der eigene Reichtum eigentlich liegt. Ich bin der Reichtum. So, und jetzt würde ich dich total gerne mitnehmen und all die Zuhörer zu unserem Lieblingsplatz des Tages. Ja, das haben wir auch für unsere Folgen vorgesehen, dass wir in jeder dieser Sendungen uns einen Moment Zeit nehmen, uns selbst an einem Platz zu entführen, den es möglicherweise gar nicht gibt oder vielleicht doch und für den wir ein Bild aufmachen, sodass jeder mit uns dorthin reisen kann in diesem Moment der Sendung, weil wir einfach ein schönes Bild davon machen. Und weil so ein Lieblingsplatz auch etwas von zu Hause hat, von Wohlfühlen, von Ankommen oder einfach schon Sein. Und dieser erste Platz ist für uns ein ganz besonderer, denn wir verbinden damit viele schöne Erlebnisse. Es ist also ein realer Platz, ganz tolle Freunde, die wir dort gefunden und gewonnen haben. Und allein das ist für uns ein wahrer Schatz, wahrer Reichtum, den wir dort erleben dürfen. Und ohne diesen Platz und die Menschen dort würde es heute diese erste Folge nicht geben. Und wer weiß, was sich alles noch so gemeinsam entwickeln darf. Also wir reisen jetzt in die Liebnitzmühle in Rabsandertaja im Waldviertel in Österreich. Ja, ein idyllisches Stück Erde in einem Tal gelegen an einem Bergkamm. Das heißt, wenn es mal windig ist, dann zieht es oben über die Baumbittel. Unten fließt ein Fluss, nicht zu groß, nicht zu klein. Die Sonne scheint über die Baumwüpfel. Und wenn man dort direkt am Fluss, so fast auf dem Fluss, auf der Terrasse sitzt, bei einem herrlichen Frühstückscafé. Dann ist die Welt sowas von in Ordnung. Man hört die Vögel zwitschern. Es rauschen die Bachschnellen oder die Flussschnellen dort ein wenig vor sich hin. Ein saftiges Grün im ganzen Tal und ansonsten nur Frieden. Ein kleiner Bootsteg, genau auch an dieser Terrasse gelegen. Da gibt es so den einen oder anderen, der sich mal rauswagt, um ein bisschen zu paddeln. Oder der auch mal reinfällt. Ja, haben wir auch schon dort erlebt. Ein Erlebnis gewesen. Ja, aber man kann die Natur dort anfassen. Und es gibt dort ganz, ganz tolle Leute, die einem für diese Momente zur Verfügung stehen, die das alles dort möglich machen. Zauberhafte Menschen, die das, worüber wir hier sprechen, auch leben. Ganz viele kleine Plätze hat die Liebnitzmühle und das Drumherum mit Kraftorten. Wirklich, naja, es geht um Chakrenarbeit auch in der Liebnitzmühle. Ganz viele magische kleine Punkte, die dort zu finden sind. Und der Feuerplatz, den möchte ich noch besonders erwähnen. Der hat etwas so Verbindendes, denn wir haben dort mit vielen Menschen schon sitzen dürfen, in die Flammen schauen, die Gedanken schweifen lassen. Wir haben dort gesungen, wir haben dort gefeiert und wir haben dort einfach auch stille Momente miteinander geteilt beim Knistern der Flammen. Es ist insgesamt auch ein ganz magischer Ort. Es steht ja auch eine Pyramide da, die für besondere Energiearbeit zuständig ist. So eine große Pyramide, in die man reingehen kann. Und ganz andere, viele schöne Sachen, die man in seinem ruhigen Ausspannmoment gut gebrauchen kann. Meditation, mein lieber Daniel. Ich habe noch was mitgebracht. Und zwar möchte ich, dass wir über unsere Sendung es schaffen, einen Handwerkskoffer zu füllen für unsere Zuhörer und nicht zuletzt auch ein Stück weit für uns. Und da habe ich mir für heute das Thema Meditation vorgenommen und frage dich erstmal, was ist Meditation für dich? Für mich ist es eigentlich Training, das eigentlich darf ich dann gerne weglassen, Training des Geistes und der Seele, Konzentration, so würde ich das einstufen. Ja, jetzt gibt es ja auch dieses Bild von im Schneidersitz sitzenden Menschen, die über Stunden verharren. Meistens sieht das sehr unbequem aus. Die Menschen wissen gar nicht so richtig, wie sie sich in Haltung bringen sollen. Und ab und zu werden Mantras gemurmelt und Perlen gedreht. Das ist so der allgemeine Blick auf dieses fernöstliche Bild, was uns so vorgehalten wird. Gibt es natürlich auch, keine Frage. Aber Meditation tatsächlich ist, so wie du sagst, eine Form der Konzentration und auch des Fokus. Das bedeutet, manchmal ist es einfach nur auf den Atem zu achten. Manchmal ist es bei einer Gehmeditation seine Schritte, sich selbst als Betrachter, also einen Betrachter zu haben, der sich selbst sieht und seine Schritte einfach nur wahrnimmt. Also könnte man es auch bezeichnen als besondere Achtsamkeit? Ja, auf jeden Fall. Genau. In der Meditation geht es darum, zu sich zu kommen, in die Ruhe zu kommen, einfach im Moment zu sein. Es geht um das Jetzt. Dann brauche ich das Gemurmel, was du beschrieben hast, ja nicht wirklich. Ich kann es vielleicht nutzen und eventuell hilft es mir, damit besser umzugehen. Aber sowas klingt für mich nach, das kann man bei jeder Gelegenheit umsetzen, insofern es nicht so stressig ist und man den Fokus darauf richten kann. Es darf leicht sein. Es muss gar nicht immer kompliziert und man muss A, B, C und D noch erfüllen. Es darf leicht sein. Das Murmeln der Mantras kann natürlich auch eine Verstärkung sein. Also es steckt ja eine Kraft in jedem Mantra, keine Frage. Aber in erster Instanz geht es darum, auch für Menschen, die gerade beginnen, sich mit dem Thema Meditation zu befassen, wirklich zu sich zu kommen, eine Achtsamkeit zu pflegen und erstmal aus der Ruhe zu agieren. Und dazu braucht es nicht zwangsläufig ein murmelndes Geräusch. Aber es gibt Techniken dafür, die dort verstärken, die Möglichkeiten schaffen, Effekte eben hervorzurufen, mit der Atmung zum Beispiel zu arbeiten, ganz intensiv und eben auch bewusst. Du kannst mit Affirmationen arbeiten, ja. Du kannst eben auch mit Visualisierungen agieren. Und das ist das, was ich für uns überlegt habe, für diese Sendung. Nach der Sendung gibt es immer ein Geschenk von mir. Das Geschenk ist eine gesprochene Meditation, die die Zuhörer, die Lust darauf haben, um sich einzulassen in das Spiel der Meditation, noch mitgehen können. Und für all die anderen gibt es dann eben die nächste Sendung zum nächsten Tag. Ja, und mit diesen Gedanken freuen wir uns auf das nächste Mal. Ja, sagen Dankeschön an den Roman Christian Hafner, der uns für das, was wir hier machen, mit seinen Gedanken zur Seite steht. Also seine Energie ist sozusagen immer bei uns. Ja, sagen auch Dankeschön an solche wundervollen Menschen wie die von der Liebnitzmühle. Ja, und ich sende ein Lächeln an alle Zuhörer und an die Freunde auf dem Weg. Genießt den Tag, genießt den Moment und erholt euch gut. Bis zum nächsten Mal. Natürlich Lebensfreude. Das innere Lächeln Die Meditation, das innere Lächeln, ist eine Übung aus dem Qigong. Inneres Lächeln bedeutet, seinen Geist und seine Organe anzulächeln. Dadurch werden das Qi und die Selbstliebe gestärkt und so wie die Selbstheilungskräfte aktiviert. Setze oder lege dich bequem hin. Schließe deine Augen. Forme ein Lächeln mit deinen Lippen. Stell dir vor, dass auch deine Augen lächeln. Sobald du merkst, dass deine Augen von der Energie des Lächelns gefüllt sind, kannst du damit beginnen, dir vorzustellen, wie die Energie hinunter durch deinen Körper wandert. Lächle hinein in deinen Unterkiefer und in deine Zunge. Lächle hinein in deinen Hals und deine Kehle. Spüre, wie sich der Bereich entspannt. Lächle hinein in dein Herz und spüre, wie das Lächeln dein Herz mit Liebe erfüllt. Stell dir vor, wie die Liebe aus deinem Herzen in die anderen Organe fließt. Und zwar in dieser Reihenfolge. Lunge, Leber, rechts, unterhalb des Brustkorbes. Nieren, am Rücken, unterhalb des Brustkorbes. Lauchspeicheldrüse und Milz. In der Mitte des Unterleibs. Konzentriere dich anschließend auf den Punkt Tantien. Der liegt ca. 5 cm unterhalb deines Bauchnabels und ca. 4 cm innerhalb des Bauchnabels. Lächle hinein in deine Augen und anschließend in deinen Mund. Sammle Speichel, schlucke ihn hinunter und stelle dir dabei vor, wie er auf dem Weg durch das Verdauungssystem die Speiseröhre, dann den Magen, dann den Dünndarm und anschließend den Dickdarm entspannt. Lächle hinein in deine Augen. Steige mit der Energie des Lächels von dort die Wirbelsäule hinab. Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel bis du zum Steißbein gelangst. konzentriere dich anschließend noch einmal auf den Punkt Tantien und komme dann zurück ins Hier und Jetzt. bis zum Steißbein gelangst. 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 bis zum Steißbein gelangst.